Welchen Planeten nehmen wir uns jetzt vor? Was ist denn hier noch alles? Warte mal, ich stelle mal den Großen hier vor uns. Sternknolle, Kupfer, Paraffinium, Silber. Ist das noch für einer? Gammawurzel, Kupfer, Uran, Salz. Ja, jetzt fliegt man halt einfach mal auf den Nächsten, oder was? Den Kekek. Kekek. Kekkejax. Was? Der Pro setzt sich, oder was? Nee. Na gut, auf den können wir auch fliegen, wenn wir eh gerade da sind. Also fliegen wir zu dem, oder was? Der Latest sieht man, oder was? Ja. Ich gehe jetzt in die Erdatmosphäre, in die Planetenatmosphäre, oder wie sagt man? Heißer Regensturm, yeah! Das heißt, hier gibt es Sturmkristalle. Ich muss erstmal zu dir runterfliegen, ich bin... Hä, what the fuck? Hier ist das Wasser. Wasser? The fuck, Alter, ja. Ja, da können wir auch runterfallen, gell? Ich glaube, hier sind so grüne... Können wir landen auf dem Wasser, oder können wir schwimmen, oder wie läuft das? Ist das ein Wasserplanet, oder was? Weil ich glaube, hier sind auch schon so... So Sturm... Steine, oder irgendwas. Hier vorne kann man irgendwie landen, aber... Wenn es schon ein Hitzesturm ist, will ich nicht wissen, wie heißes Wasser ist. Wollen wir da drauf landen? Warte mal. Ja. Ob das so gut ist, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich bin unter Wasser, gell? Wie lange hast du Luft, oder was? Ich scanne hier gerade, ich habe aber jetzt noch keine Anzeige, dass meine Luft ausgeht. Ich bleibe jetzt halt mal zur Sicherheit oben. Ah doch, das geht runter. Aber recht langsam. Krass, okay. Erstmal die komischen Kaulquappen hier. Ja, dann müssen wir bestimmt uns aufrichten, dass wir unser Wassergränzchen bestimmt auch, dass du länger aushält. Ja, aber das brauchen wir ja im Normalfall, dann wird es auch nicht unbedingt erstmal... Erstmal scannen alles. Ja, aber ich finde es cool, von der Sache her. Ach, die Arsche greifen einen an. Was? Ja, da ist ein paar Quallen. Wenn du schnell hoch musst, musst du mit dem Ding... Mit dem Jetpack hoch. Die musst du aufschießen. Holy shit! Was? Hä, was geht denn hier ab, Mann? Die kannst du aufschießen, und dann geht die aber schnapp die wieder zu. Gott, ich muss kurz hoch. Sauerstoff ist schnell leer. Kannst du dann musst oder was? Ja. Dann schieß ich die auf? Unter Waffe habe ich sie aufgemacht. Zollblaster? Ja. Musst du dann da rein und das holen, oder? Ja, aber das schnappt dann auch wieder zu. Lebende Perle, ich habe eine. Ja, du musst da nicht so nah hin. Ja, wo ist sie denn jetzt wieder? Oh, Zollblaster ist leer. Ja. Du kannst an so Pflanzen, die nach unten hängen, deinen Sauerstoff auffüllen. Ja, ich schwimmen kurz hoch. Ja, ich schwimmen kurz hoch. Wir müssen kurz checken, was die Perlen da wert sind. Hier hast du eine. Hier hast du eine. Okay, lebende Perle. Kelpbeutel. Ich habe drei Stück, die sind gerade mal 14.000 Units wert. Okay. Salz zum Beispiel nicht. Chlor habe ich hier. 67, das ist halt gleich mal schon mal 40.000 wert. Da habe ich, äh, Zytophosphat. Das ist nichts wert. Und Salz ist auch nichts großartiges wert. Chlor ist was wert, hast du gesagt, oder was? Ja, ein bisschen. Also ich habe jetzt hier ein Stack, also keins. Wenn du da ein Stack voll machst, ich habe jetzt hier 67, das ist vielleicht ein Viertel vom Stack. Und das sind 40.000. Wenn du da ein Stack voll machst, habe ich mal mit Chlor. Mal vier, wäre ich dann bei 120.000 pro Kompletten Stack. Also mit den, ähm, Kristallen kann das natürlich bei weitem nicht mithalten. Ja. Kelpbeutel, Chlor. Na gut, Chlor ist gar nicht so schlecht, würde ich sagen, oder? 20 Stück, 12.000 Units. Ist nicht viel, aber... Ja, mein Ding ist halt, äh... Mal gucken, was rein, wie kann ich das hier aufladen? Mit, achso, mit Kohlenstoff, oder was braucht man da? Ja, hat's, wo hat's hier Kohlenstoff? Muss ich auch gleich gucken, bevor er leer ist. Kohlenstoff, diese, äh, Schlangenviecher. Da ist Kohlenstoff mit drin. Ah ja, gut. Die, was unten am Boden sind. Da aktiviert sich auch immer mal so zusätzlicher Sauerstoff. Aber das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, ich glaube, Brandon irgendwie. Wo bist du? Ich bin in der Nähe vom Raumschiff. Gerade noch so Klo abbauen. Irgendwas greift mich an. Diese Quallen? Weißt du nicht, ich... Ja, stimmt. Grau in der Tiefe. Ja, die musst du töten. Ich pisse mich, ich kann Bock mehr auf die Kacklappen. Also, treffen wir uns mal am Raumschiff, oder? Ich bin schon da, oder? Jetpack müsste man vielleicht mal upgraden. Auf der Raumstation. Aber ist auf jeden Fall ganz cool hier. Aber ich so... Keine Ahnung, ist halt... Wenn hier nur Wasser ist... Gut, ist halt dann alles unter Wasser. Kannst du auch deine Basis unter Wasser bauen? Ja. Jetzt wird's dunkel übrigens. Interessant wär's dann hier... Müssen wir auf jeden Fall nochmal herkommen. Wenn da ein Sturm kommt. Ob du dann auch so Sturmkristalle hast. Und wie der Sturm sich unter Wasser auf... auswirkt. Gott, was ist hier für ein kleines winzliges Kackschiff? Was ist los? Die flinke Nachtruhe. The fuck, Alter. Totales kleine Pissschiff, Alter. Ist kleiner als unser Standard-Schiff. Mach ein Angebot für das Aufschiff. Da waren 18 Plätze. Ich weiß nicht, wie viel unser Standard-Ding hatte. Leben in Perlen. Was? Eintauschen. 37 Millionen. 42 Plätze. Ja, aber das ist so ziemlich das Maximum, was geht, glaube ich. Zeig mal her. Halt's auf. Ich will's... Sehen. Sieht schon männlich aus, auch. Der Bollen... Ja. 38 Millionen, da fehlt halt noch mal. Einfach lockerflockig. 13 Millionen. Ja, okay. Aber das ist schon ein männliches Teil, oder? Ja, das ist auf jeden Fall ein extrem männliches Teil. Wenn du das Geld gehabt hättest, hätte ich dir das rausgelassen. Ja, auf jeden Fall, Alter. Ja, dann tun wir mal speichern, oder? Jo. Oh Gott, das Schiff war's grad halt. Jawohl, aber sowas kommt auch wieder. Ja, da geht's schon, oder? Ja. 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 Ja.